Manchmal ist nur das, das was du willst. Ja, das will ich nur. Ja, das will ich nur. Okay, wo willst du hin? Oli? Ich will gerne. Da ist nix. Dann will ich gerne. Ja, bist du ja auch so, bin ich ja draußen. Was? Shark, bin ich ja draußen. Das ist einfach schuld. Ja, dann mach du halt Shark. Ich mach einfach den, ich mach halt den Agency. Ja, das ist mein Turmwerk, das ist jetzt ein Agency. Was? Hallo, ich komm jetzt. Also, wenn ich den Kleider aufmache, sagt ihr Hallo. Wenn ich den Kleider aufhöre, sagt ihr Oh nein. Hallo? Bye, bye. Hi. Voll, ich bin nicht jetzt weiter. Ich mach einfach E. Oh Mann, ich muss mich unten in den Zoll. Ich lande einfach hier. Ich lande einfach hier. Ich lande einfach hier. Ich lande einfach hier. Ich bin sowas von einem Arschlois, nur weil du nicht da bist. Ich habe 18 Lebenspunkte, Alter. Einer muss mich nur einmal treffen. Ich bin schon bei dir. Ich sehe es. Warum sind nicht so viele Tässis? Wer denn? Ich gehe mal wieder weg, Antwort. Ich gehe mal wieder weg. Ich gehe mal wieder weg. Ich habe 9 HP. Oh, warte. Dann komm her zu mir. Ach, scheiße. Zu spät. Zu spät. Ich gehe mal wieder weg. Das ist ja nicht so schnell. Ich gehe mal wieder weg. 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 Das sind keine Minis, finde ich. Wir müssen in die Zone los, scheiße. Hilfe! Hilfe! Was ist denn Heli, oder? Nein! Hilfe, Hilfe! Was ist das denn, du? Hilfe doch! Komm doch schnell! Komm schnell! Ja! Ist aber schuld, wenn du alleine gegenläuft, ohne Wachen, ohne nichts. Sind der Gegner oder Box oder was? Gegner! Gegner! Wo denn? Was ist denn da? Wo ist der? Wo ist denn der? Ja! Da unten, unter der Treppe! Ja! Ja! Das ist das! Es geht! Ja! 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 10, 8, 6 ja super ich habe den 10 karten raketen dinge bomben reingeschmissen warum ist er nicht stoffen mal da so bescheuert macht wenn die andere richtung gehen stürm ja ja sturm ja so noch ein zweimal und dann mache ich außen kann noch eine stunde spielen also wenn ich los war zur werkstatt er macht zu hause macht seine haus ist ja ich war in eineinhalb stunden los los klappe dann machst du aus noch eine stunde schon es ist total in ordnung in der früh zweieinhalb stunden zu spielen dann kann man hausaufgaben machen oder so was gleich ausmachen ja das ist auch zu viel heute macht es auch mehr als eine seite piri oder was weiß ich gestern ist okay jetzt ja wohin ja wohin hallo ja ein bisschen früher du markierst die loria schon ins gelandet ja was ist denn das so runterkleiden teil die e-zonen mit herzen das ist nicht das sind glaube ich pralinen wo raus liegen oder so schokopralinen ja wer ist das nein nicht der doch lennart oder er sagt halt allihallo ja hier ist es nicht als du lange gebraucht hast in der show 1 2 3 4 5 leute sind da schon gelanget ja der kann nicht hallo sagen der gehört sonst nicht der lennart wir können uns nicht hören auch der ja ich bin Los! Aha! Aha! Wenn du so irgendwo hin willst, nimm in die Lobby! Mach bereit! Achso, da! Lennart, rück bereit! Ich hör's nicht! Doch! Okay, Lennart! Ich kann ja fragen dann, dass er tanzen kann. Was hat? Der Luis ist nur auf das Apex-Market. Der schaut nur auf Apex halt jetzt nur. Alter, bei mir ist noch nur ein bisschen mehr. Bei mir ist bei mir mehr die Hälfte. Aber Apex trägt man halt. Ja, aber ich kann's mit Luis kommen und auch gegeneinander. Ja. 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 Da. Ja. 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 bei mir glaube ich was nieder ist ja 10 4 4 einer landete auch hier wo ich komme hier im lennart war nicht denn da passt auf nicht runter springen lennart komm mal her wenn du mich hörst dann tanz mal in das wenn du mich hörst dann tanz mal da kann ich aber springen springen wenn du mich hörst spring mal hallo springen wenn du mich hörst hallo Was ist gegen der bei mir? Tanze, wenn du nicht hörst. Tanze. Hallo. Tanzen. Wenn du nicht hörst, dann tanze. Hallo? Tanze, wenn du nicht hörst. Hallo. Ist doch ein Wursch jetzt, komm. Hallo. Ich weiß nicht wo. Der kann uns nicht hören. Hab ich doch gesagt. Hör auf so. Mach jetzt Brachenrufen. Biggie, bring nix auf! Oh, Biggie, bring doch nix. Lennart. Lass ihn doch einfach. Lennart, tanze jetzt, wenn ich hörst. Tanze. Er hat nix. Er hat nix. Ist ja egal. Was sind die Gegner jetzt? Hör auf so khnt Rest Ah, hier可 I逃st nicht. Ah, hier sind sie irgendwo, ich geh. Na, guck auf! Wo sind denn die? Steck mich nicht sicher, oder? Wer schießt da? Lennart Ah, hier ist einer! Darf ich ihn? Verlennart ist ein Gegner! Ach, ne! Hab ich noch gerettet! Alter, der Stecki kann sich ja püren. Halleluja! Hab jemand schild? Jetzt überall schild los! Ich weiß, wo! Ich weiß, wo ich machen kann, Papa! Weil ich hab' ein Medipack für dich! Nein! Ich weiß, wo! Ich jetzt machen kann! Warte! Was? Ja! Ich muss mich mal für euch jetzt! Ich muss mal versuchen! Ich muss mal, wenn ich warte! Warte! 1 5 5 oder ne der macht nur 100 Luis du musst dich dich vorher aufladen der macht jetzt nur noch 100 geil geil Ja, du bist aber ne ganz Leute. Jetzt hab ich einen Zestick. Oder so einen Zestick. Dafür ein bisschen voll. Hey, der Lennart hat den gleichen Tanz wie ich. Schau mal. Weil er hatte gesagt, er macht immer 200 Cent gekauft. Ja, du spielst vorbald. Ja. Ja, so ist mein Geschenk. Geht das raus? Du schwapp. Du schwapp, Digga, du schwapp, Digga. Darf ich stehen, weil ich einen Grauer im Kinoach hab? Schreiben sie hier eigentlich. Ach, sind Gegner. Machst du zwei. Doch. Ja. Los, hier liegt ein Biggie für dich. Ich komm mir mit Jump It. Was? Was? Spaß halt. Digga, das hinten ist nah, das Spaß. Mein Bauch gut. Gut. Tut tot richtig weh. Oh. Ich nehme hier ein Biggie da noch mit. Oh, mein Bauch so südlich hat weh. Ich muss was essen. Ja, ne. Hallo. Mann, was geht? Hallo. Du hast aber richtig lange Apex Games spielt. Ja, ich weiß, mach doch Spaß. Kaufst du dir was? Wie? Kaufst du dir ein echt? Würst du dir Skins kaufen da? In Apex? Ja. Vielleicht mal einen oder so? Warum? Das sieht man doch nicht mein Skin. Was macht das? Nein. Das sind wir auch keine Skins. Ich will mir eine Legende holen. Die, ähm, sind, äh, Ding hier. Die haben verschiedene Fähigkeiten. Oh. Mann, was ist gut? Ihr könnt jetzt nur noch grazis zocken. Ja. Ich bin eh jetzt überhaupt nicht eingespült. Also, wie Luigi Doom. Er hat Apex. Ich hab' ihn so geguckt. Ähm, Luis? Ja. Ähm, Luis? Äh, hat bei die Apex schon gelang oder nicht noch? Das lädt noch. Warte. 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 Noch 77 Minuten. Das ist gut. Das ist gut. Komm, Lennart. Warte. Komm, Lennart. Warte. Lenni, komm. Komm. Komm, komm. Lennart. Schieß drauf. Schieß, Lennart. Schieß! das ist ein wort jeder ist gegensatz die mann die das ihnen wort nur ich jetzt aber ich bin ich hab schon gut ist ein lennart ich versuche es zu machen warum du spielst du gerade auf den schwindel ja habe ich gerade kurz eine nanosekunde marxellner bruder neun skin der hat jetzt nicht mehr den schutz gehen aber davor hat er sich hier den tisch geholt und habe ich will den länder rein ich bin in den ländern in den ländern wie schön du kannst er den tieren ich wollte wissen was er den tieren kann ich wollte wissen was er den tieren kann soll ich jetzt alleine regeln oder was ja das ist bei 800 Meter Wadduk ja was du ich geb dir gleich du gib dir das du ja gib dir gleich rechts gebe ich dir so ich habe gerade auf sein ladebildchen geguckt der typ hat den kuschelbär geschlacht benutzt ihn als hut hatten ruhen an die wand gekettet und ist gerade am frisch essen der pool ja vier ja was laberst du ich bin gerade bei der schlagern das ist bildschirm von der pool echt ja hat er sich geändert ja ja ach so der hat der frisch gerade pizza hä der ist pizza hat einen hun an die wand äh hat den teddybär als kuscheltier der fisch liegt da rum und ist pizza das ist doch ganz normal was macht der pool eigentlich immer wenn er draußen ist und hat sie viel in seinem bett liegen und in der Luft zu machen äh der pool stirbt ja nicht so ne biggie ich brauch kein fucking pittes doch der pool kann sterben ja doch kopf ab ne der wächst dann auch wieder nach ne das geht nicht der könnte doch dann gar nicht mehr sehen doch der wächst dann kopf ab jo was geht jo was geht dann Marco und dann Luis hat das was damit zu tun ja klar das ist sein Vater was ja ne ja voll profi hier verstehst ey ich bin besser als du Marco ja ja dein geschmeid ich bin der beste äh digga digga du schießt mit deiner one shot pump Haki ist der beste aus der Gruppe nein digga Marco wie alt bist du äh 37 digga du bist du aim digga du bist du aim ich würde mir wünschen das mein Vater Fortnite spielen würde äh Alois kennt ja eigentlich nur Fortnite durch mich äh was der auto ist kennt ja nur Fortnite wegen mir ja da untenec theta darf ich gehen es wird so gut, wenn wir das erste Mal mein Sohn oder meine Tochter mit mir Fortnite spielen genau naja, Fortnite wird es da nicht mehr geben, glaube ich so entwickelt sich da, warum soll die machen Iglespiegel gewinnen und Iglespiegel und warum soll sie damit auch sein ja, dann gibt es auch andere Spiele, die im Hype sind da gibt es nicht mehr so paar Großspiele wie Fortnite da gibt es schon Spiele, die du in der Realität spielst da hast du dann vielleicht sogar schon so Brillen auf wo du durchschauen kannst ja, das hört wohl kennt ihr in dem Film One Player? ja, ja, klar genau, und da ist der doch da der, ähm, hier, wie heißt er in, ähm, in dem Spiel? Passivall ahja, passivall 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 und seine Freundin mit den roten Haaren und ich bin schon weg ich mach alle erledigen weiß nur noch, ähm es gibt's einen guten Animator ist auch so ähnlich kennt ihr den Sword Art Online? SAO Lena, du musst dir in die Zone nählen ähm du kleiner, ahol du mal wir gehen auch in die andere Welt, in die Spielwelt mein kleiner Bruder hat ne Skar er läuft bei dir, äh schau mal auf dich für 9, ich mache Papa schon mal der Marco ist mein Onkel und der Luis ist mein Cousin, aber das weißt du ja schon, oder? ne, weiß ich nicht äh äh Lena, schau mal zu, äh, Luis, äh, oder zu Marco und mach den Tanz ne, ich dann guck mal auf sein Wegbling Marco, komm mal zu meinem kleinen Bruder wo ist denn der? der hier ist, ist hier unten äh, den ist eh schon mit Samuel ja, aber, äh, Lena, mach mal den Tanz und dann, äh, Markus, ähm, schau mal seinen Wegbling an schau mal wie da rumwackelt, der eine der eine wackelt voll rum der Arme bei ihm ist alles ganz steif, was? hä, bei mir wackelt der voll ja, der ganz linke wackelt voll ja, der ganz linke wackelt voll da waren ganz linke ja, der ganz linke wackelt voll weil er so dünn ist der, Männer, in der Mitte, der ist so fett, dass er nicht mehr irgendwie ist aha aha warum schuft er den Rückbind ab? juhu wird gemacht denn ich hab den nun er hat eine rompan c4 eine grüne farmers und mit kleine maschinen zu marco hat ja auch kein zeichen gut das ist der lama oh mein gott die waren die lamas sind auch lebendig schießt auf den heli gut und zwei weg Wieso sind die nicht tot? Wieso sind die nicht tot? Ja, weil die die Jumppads haben. Du wolltest die ja letztens nicht benutzen. Gestern wolltest du die ja gar nicht benutzen, die Jumppads. Wo man so drauf gehen kann und dann sind die so... Ich hab jetzt voll viel mehr, Digger. Ich hab voll viel mehr. Ja, da ist noch einer. Das ist der vorletzte. Darf ich den? Da sind die, da sind die zwei. Da unten und der andere ist im Busch. Der andere ist im Busch. Der andere ist im Busch. War'n Lennart da oder du? Ja! Lennart! Lennart, du hast den Epischen geholt! Juhu! Super! Juhu! Juhu! Korrekt! Du bist mein Baumstamm! Du bist mein Baumstamm! Du bist mein Baumstamm! Baumstamm! Gehst du mein Papa und ein Spielschwetter? Ich muss auch in 30 Minuten und dann auf deinen Haar! Lies, ähm, mach mal fair. Irgendwas musst du dann machen? Ich will noch nur... Also musst du in 30 Minuten machen? Wie du? Wie du? Wie du? Wie du? Wie du? Ich weiß, Luis! Ich weiß, ich hab schon alle Gästen. Luis, ich hab schon in die... Ich hab schon die Sky im Shadow und den Mieter Singost. Ich hab alle schon. Mach jetzt Crea rein! Ich hab alle! Ich hab gerne noch weiter mit Marco gespielt. Ja. Oh, du kannst ihn ja als Freund hinzufügen. Könnt ihr ihn? Ah, 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 ah. Ah, pfff! Und lass dich doch! Luis, mach bereit! Mein kleiner Bruder, gib ja schon ganz viel Geld. Ach, fürere! Können wir Mörder spielen? Ich will ihn nicht lassen, bitte! Nein! Nein! Mörder! 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 Okay, dann nimm alle jetzt! Alle! Jeder von euch! Sky! 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 Alles von Sky nimm! Alles von Sky! Und die eine goldene Spitzhacke, die heute draußen ist! Nicht die heute draußen ist, sondern halt die Spitzhacke von den einen komischen König da, der heute draußen ist! Nimm keinen kleinen Bruder, nicht! Ich nehm alles von Sky! Alles! Alles von Sky なi! kenn actually! Und die Spitzhacke? Auch! Wir sehen ja jetzt wieder einen schönesmotor aus! Haki! Hä? Soll ich dich mal meinen Muskelkacke zeigen? ich hab nichts mehr von sky alles von sky bitte jetzt siehst du nicht dass ich nie das bin nimm sky digga was für nimm sky ich bin nie das ich kann doch mein leben nicht entlang mörder ach so digga ja nimm der mensch als von sky das heißt sky mit diesem weg mit diesem selder backlink wir haben mit diesem schwer backlink er ist in den formen muss ich sagen welche form davon einfach das schwert oder einfach das verwehrt was ist mit dir los digga einfach das backlink von sky bist du kommst du machst es gibt es aber ein bisschen noch das nimm einfach ein bisschen auf das backlink muss man sich in den ländern doppelstift zacken ja und auch noch die schwerte mit schmerz mit mörder mitnehmen ganz wichtig leute bevor wir anfangen dass ich bin wenn man tot ist darf man nicht reden das heißt man muss im besten entweder so stehen dass man auch kein atem oder das hätte ausstöpfen naja atmen darf man noch hören ja nein davon nicht doch wenn in einem anderen schiff gehen lennart lennart das mal ganz kurz in ländern sprechen du es hallo hast du mich an den ländern sprechen warte ich mache mein herz aus und sag dass du mich jetzt noch so ist okay ja ich höre dich nicht okay jetzt weiß jeder dass du die lobby und so etwas anderes ja ich habe gesagt dass es in verschiedenen farben gibt dass das sagen ja das normale einfach das ist der leute wenn ihr tot seid könnt ihr nicht reden wenn ihr bei den einstellungen geht auf dieses oder nein nein das schon dann höre ich mache einfach auf dann mache ich euch aber ihr müsst ihr könnt aber nie aber ihr könnt dann auch in wenn ihr ganz schnell auf das einstieg auf das hörsymbol könnt ihr dings sprach Braschett Methode könnt ihr und könnt ihr Pustodork anmachen und dann nicht mehr die Leute aber die Dich nicht würde ich ja nur Tipp geben das finde ich ein tolles Tipp danke Irgendwann aber ein so kurz code eingeben von kidnest park falls ihr keine bessere habt wo ist dieser schlüssel luis wo ist dieser dj schlüssel die man aufwenden kann und dann ich weiß wo kann man so sage ich sehr klein wenn ich rein betrimpt bin ich verlasst so hallo ich bin auch nicht drinnen ja was denn sagt schon in der mörder web ja egal ich bin noch gar nicht drin ich auch nein die sind natürlich nicht an ich komme ich gebe ich kurz ich sage ich noch mal mehr wollen komm mit nein ist gut okay kommt kommt jetzt hatte ich noch die mörder 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 also falls ihr aber schon wisst wer der mörder ist weil ihr gesehen hat keine ahnung dann vielleicht sagt es ihnen bitte den anderen nicht damit spannend wer darf man jedoch sagen dann keine ahnung dann müssen die mörder sich hat mehr anstrengen dann darf man den mörder machen willst du dann darf man die mörder töten anfassen wenn man das muss nein wenn man ihn aber gerade ertappt beim schüssel job nicht direkt töten weil das ist dann erst mal direkt sagen warum man ihn töten will und nicht einfach so jemanden töten außer halt der mörder tötet direkt vor euch einen hat jeder von euch hier hat jeder auch von euch die iris nein so dann alle also ich hoffe ich kann noch niemand nimmt eine waffe und er hat das die mörder funktionieren also lennart erklären das mal also das waren leider immer da weg direkt auch der garung kürzendern ja wenn ich was weiß noch das war ich und das was das guck mal du kannst du auch wenn er nicht so gut fort erkennt mörder muss so trassen trotzdem nicht töten oder vor allen dingen hast du außer sehenden du ist einfach nur wir nennen hat keiner lennart beschören dann sagt ihm das wenn er die schallgedämpfte pistol denn an der tat ist der mörder und dann soll er über in den schwarzen boxen dann auch die legen der waffe holen die muss er dann verstecken und versuchen die leute zu töten ohne das ist mit einem schon mal nach der drüben ich habe halt ist die mörder waffe hier wenn du die in deinem inventar sich lennart bist du der mörder ok und wenn du schon mal hier kann man ja guck mal hier für den mörder schon mal der mörder lennart gucken jetzt zu dass hier ist für den mörder wenn der wenn du der mörder bist musst du die nehmen und irgendwo verstecken du hast eine minute zeigte den alle für alle für unschuldige für alle selbst wenn du mörder bist sollst du die waffe auch gut nehmen fertig los ich weiß es ist genau der da hier schaut ja genau nicht schießen und alle in die inventare alle in die ich weiß ja schon genau das wort aber noch genau das wort aber dann spawnt aber es hat die nation das heißt können warten bis die munitionsbond der mörder hat eine mörder darf nicht gehen wenn er zielst du gerade auf jemanden sagt aber nicht das ist egal einfach nur trocken ist so egal wer füchter hallo schimmer noch da nur ist ja hallo also wird man darf noch gar kein kill das ist ja nicht mal das ist ja man darf noch gar keinen tüten das ist ja dann soll er aber reden der ist noch nicht tot glaube ich nicht er denkt mir alle wenn ihr mich hört machen einstellungen falls es noch nicht habt die eliminierungsnachrichten aus habe ich also habe ich schon das hier ist da bist du du bist 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 du hast mich er redet denn ich hatte sich er muss sich doch tot gestellt haben er kann nicht tot sein er ist ja angeblich gestorben als die schüsselphase noch war da darf man noch gar kein tippen warum tötest du mich das ist doch nicht einfach so können du hast keine beweisung da war noch nicht tot ich habe doch gesagt dass man noch in der schlüsselphase keinen töten kann man kann sich auch totstellen ja mein gott alter du bist so los du bist wirklich so los dass keine beweise das war einfach nur bauchgefübert oder so einfach rändern auf irgendeinen geschossen du hast nicht mal gewusst dass ich das war das random auf irgendeinen geschossen so dann alle noch nicht noch nicht hallo ein stoppen machen wird noch mal egal nein wir haben angefangen aus ende schluss wir müssen wir in die boxen ich bin nicht mehr davon ich sage ich bin nicht mehr da was kann ich weiß ich kann jede folge aussagen ist nicht mehr oder das macht ihn doch guck mal ihr müsst auch sehen was verdächtigt macht uns daran festlegen wer vielleicht mörder ist das aber einfach so jemand zu sagen erst mal ob wo man nicht weiß ich weiß es einfach nur los ja warum bin ich mörder ich habe mir auch nichts gemacht ich habe mir gesagt ich habe mir gesagt es macht ihr aber nicht zu mördern es ist etwas verhafter das bin ich es aber es ist etwas verdächtig aber ich habe die boxen nicht zu hören dann komm mal her zeigt man eine andere waffe er macht so ein warum hast du die Pistole zeigt noch eine andere Waffe du musst die Pistole wegtun ich habe immer da war es ist hier gerade kommen wir gehen zum Riedenrat wer ist gerade bei dem Riedenrat ein erinnern sie sind das bin ich das nicht also du bist wahrscheinlich Louis an seiner Stimme erkennt ich das das ist ein Rheinland und okay jetzt können die sicherspiele wir gehen in Waha ich freu dich mein kleiner Bruder ist nicht mehr da da hat es schon gesehen du bist ein ich meine bruder kann auch mörder sein ich kann auch mörder sein das macht das ist ein sinn als ich weiß dass ich nicht würde wenn aber es könnte doch auch sein dass ich mörder bin es könnte auch sein dass länder mörder ist darfst nicht reden ja ja ich habe mich sagen ich habe mir weiß dass der mörder wirst warum die immer einfach so freuen in die hand genommen hast welche waffe welche waffe ich hatte sie nicht in die hand genommen herrote doch da ist es eben in der hand nein hatte ich nicht das war meine flüge noch nein der ausgaben sagte ihnen jetzt keinen sinn die gebunden das macht es macht keinen spaß wenn du das ganze so machst ja ich habe gesehen wie du die waffe in die hand genommen hast du hast du mir da nicht gekillt ich habe mich dann gekillt ich habe meine mutter ich hatte meine waffen nie in meiner hand ich war zu mir ich hatte nie in die hand du hast irgendwas anderes gesehen war auch schon irgendwelche waffen gesehen du hast die diegel von deinem bruder hast du gesehen und dann hast du mich jetzt mit deinem bruder verwechselt digga ich habe ich schwöre ich hatte meine waffen nicht nur auf seinen bildschirmen ja nicht auf meinem ok auf die plätze fertiglos das war grünsteiger du hast mich mit irgendjemanden verwechselt oder du hast meine waffen ich schwöre ich hatte meine waffen nicht nur noch die mörderwaffe warum sagt man sagt ihr seid beide so schlecht okay so schlecht so schlecht also ganz ehrlich du sagst du bist gut und die anderen so schlecht nie du bist nicht ganz ehrlich hätte es uns das endlich verschweigen können dass wir noch ein bisschen spaß an der runde haben aber nein du hast keinen sinn für das habe ich ja alle nicht mehr können der luis der hat er hat fünf waffen aufgenommen und hier geht davon gejobbt warum sagst du mir warum ja und er kann ja auch nur einfach ich nehme auch manchmal eine andere waffe mit zur sicherheit ja ich weiß dass man nicht darf das war es war es hat er vielleicht dann einfach um nicht auszutricksen dann seine fünfte waffe nachher noch gejobbt um dich einfach zu verwirren das war verstehst du das nicht je nicht jede sache die man macht ist direkt verdächtig digga wenn ich einmal nicht einmal zu oft springe sagte du bist ein mörder wenn ich einmal in die luft schlage keine ahnung ob ich auf meine tasse drauf kommen du bist mörder ich habe eine komische lakierung ich habe eine komische lakierung er sagt auf meiner flint noch er sagt mörderwaffe ich sag sind noch die blöde ich gehe plötzlich an ihm vorbei ich gehe einfach noch nie vor elf mörder ja wie soll man das sind dann sagen erzähl mir wie soll man es dann sagen sagt sagt jetzt erstellt sich dort er ist unter prof alter so sicherlich haben wir wissen noch dass du lebst aber auch egal kommen wir alle zu meis statu irgendeiner hat mörderwaffe wenn du da ist auf niemanden schießen du bist der mörder ich weiß es du hast ich habe gesehen von oben wie du mein kleinen bruder gekillt hast wo bist du sag ich nicht wo bist du mein lieber aber lennart sagt dann lennart dass er uns sagen sollen von die mir gekillt wurde luigi luis hat das so gut gemacht luis luis hat das so gut gemacht bis zu ende reden lassen hat mich dann gekippt gedacht das ist genau von leben auf die plätze fertig los die luigi luis hat das so gut gemacht du hast noch du sagst dass ich bin noch am leben ja das war voll geil von ihm ich mache das jetzt so luigi ich nenne ich luigi und ein kusen nenne ich luis okay ich bin da aber der wahre luis nein ja aber sonst kann ich weil die weile luis heißt muss euch ja einzelne spannen nennen ich nenne ich einfach nur die luigi heißt okay dann in die map da hinten der ist ein bisschen verdächtigte dann auch ob er hat uns auch kommen kein häuschen digga 50 sekunden sind geschlüssel dropper hier bitte ich weiß gar nicht wo du bist wo bist du jetzt gerade noch ich bin auf dem tisch drauf hier auf dem tisch okay bist du es dann ja dann muss ich bei mir gemacht die verkleidung schon mal schon mal und ich bin mir schon aus versteckt sein ja so ist dann auch sehr viele versteckte so ich bin hier auf dem modderhaus und überwache euch noch jetzt bin ich gerade das bin ich bin ich bin ich bin ich also ich war gerade bei louis also eigentlich ist ich glaube dass er nicht ist und hätten du bist du bist du mich abhängig der ich war doch eben schon da bist du bist du bist du ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin warum bist du denn nicht ich habe dich auch nicht eben gesehen du hattest eben auch eine schlüssel verstecken können da keine beweise was macht es jetzt für den sinn was du machst versteckt nicht gerade und dann da rein kann man weiß ich das beweist gar nichts du kannst du immer noch mal ich bin jetzt angefangen das wirklich schlüsse zack mal also sind noch kommt es sind noch ausschießen oder warte ich komme ich komme auf das dach gibt eine pistole mir warum habe ich doch keine was bringt deine pistole mir dann hast du das und da wird nur kannst du kannst du nicht so hoch ich gebe dir meine hier ist mir hier es gibt ihm eine waffe jetzt ja aber du gibst mir den gleich wieder so der digga sonst bin ich ausgeliefert das nur ein warum macht so eine ding weil ich hatte hat keine munition jetzt gegeben dass er munitions kommen mit karte doch hochschießen jetzt ich habe kein damit meine angst kaputt ja gibt mir wieder wieder gibt mir eine wieder sonst keine waffe ich habe noch zwei es gibt ja also es gibt ja eine muni ich habe jetzt auch nur noch eine muni weil ich ehrenmann gebe ich dir ich weiß es sein der spiel ganz es hat bei dem an hätten abklagen können bin ich jetzt mal nein ich verstehe ich habe mir nicht mehr hat die du kleiner gruppe bis ich habe mir schall gedämpft der pistole gehört aus deiner richtung hat hier ich habe gar nicht weil jemand wurde schon eliminiert weißt du warum weil mein kleiner bruder nicht mehr da ist komischerweise wirklich nicht mal da ja der ist tot herz und ich war die ganze zeit grad beieinander du musst es doch angegeben sein ich und luis sind ganze zeit beieinander du bist mörder du bist mörder du vertrauen nicht du bist mörder ich und luis waren ganz ich bin ich bin es nicht wirklich er ist es doch sogar hey haki wie gut hast du dich gemacht du bist so dumm alter haki du bist so schlecht einfach ich war so gut ich habe dein bruder nicht gekillt ich habe ihn nicht gekillt ich habe ihn nicht gekillt ich schwöre auf meine mutter ich habe ihn nicht gekillt das musst du verstehen digga ist er dumm digga ihr seid einfach alle dumm hallo bin wieder da die sind alle dumm die sind einfach alle ich habe ihn nicht wir waren ganze zeit beieinander hätte ich den killen sollen wollen wir was spielen was wollen wir halt die verstecken komm nach einmal komm nach manchen wo bist du hin wir können noch einen auf der map und anzeigen dann erledigen die waffen wieder rein weil das muss man kurz die jene nachricht schreiben um wasser spielt ja noch und dein cousin war doch die ganze zeit bei den kind deinen bruder lennart ist einfach von von selber gestorben oder so halt da und nur ja es ist einfach so dass er immer wenn ich mit ihm spiel ich mache nichts also null aber er denkt immer ich bin mörder weil einfach sagen die anderen leute sich irgendwie selber umbringen schau mal schau mal wie sie im total ausschaut schau mal warte warte schau mal wie brutal es ausschaut guck mal her komm mal her hier noch hier sitzt noch besser aus kummer hier so hatte also lass mal dass macht da war hier sie ist wasser so nach was da war so so bist du weben ja kurz und kurz boxers spielen ich habe auch keinen bock hat aber noch nicht was du das spiel das ist allerdings ich muss ganz kurz ich muss jetzt auf Ich muss jetzt ab dem Link kommen, ich werde später wieder, tschau, tut mir leid. Ich mag's mal freuen, hab ich erfahren. Ich werde später wieder, tschau. Ich werde später wieder, tschau. Ich werde später wieder, tschau. Luis, hi. Hi. Könnt ihr euch spielen? Ich bin gerade in der Runde. Vorzie, wer ist das? Bei mir ist ein Gegner. Ja. Boah. 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 Was? Was? Du? Achso, ja, auf dein... Hier, auf dein Vaters Kanal, oder? Ja. Ja, und wieviel gucken du? Äh, äh, guck. Den Kanal bestimmt null. Ja, null. Pfff. Brötziger. Ja, alles nur... Oh man... Hele, hele, hele. Man... Hele, 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 hele. Was kommt? Ja. Wer? Warum verlassen alle? Mhm. Warum verlassen die alle? Mhm. Nein, die Kinder. Geil. Ich hab ne Idee, wie... In welchen Dingen hast du den Muskelcharakter? In welchen... In Shadow oder Ghost? Hm... Äh, Ghost. Ich hab ihn auch in Ghost. Was hast du in Shadow? Was meinst du? Achso. Äh, Tarantina und... Und? Wie heißt sie? Tarantina und... Sky. Ja genau, Sky. Und... Ghost? Nein, Shadow. Achso. Hä? Und wen hast du... Und was hast du... Hä? Du hast genau die gleiche Reihe wie ich? Schau, Pusus und Ghost. Dann hier in Tina, ähm... M Shadow. Dann Ding Shadow. Dann... This Ghost. Oh mein Gott. Der Sinn. So ist, wir gewinnen zu dir. Ich hab auch geblieben. Ich hab' das nicht gesagert. Strategy in Minecraft. du hast mich nicht als freund auf Playstation wie kann man das machen nochmal ja warte ich suche dich gerade auf freunds anfrage anzeigen und dann freunds anzufügen geh party geh party geh doch party geh party geh party auf geh halt party manchmal party gehst du? ok ich warte ich bin gerade in der Party ich komme ich komme Hallo 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 ja 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 komm ja ja ich hab schon also ich hab ne Idee nein du ich nehm die 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 jetzt da passt du kann man eigentlich 100 euro denn mein hätte ja was für ein gaming hat dann hast du du hast doch nicht nur ein netzel fragt ein fahrer oder so eine schlange nein nicht insgenehm ok 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 war es zu spät man willst du noch mal in lobby ok dann bist du dann bin ich deine katze und du musst aber machen und dann muss ich dir helfen irgend die du kannst auch die bots wo mir dann aufstehen wo damit zu raketenwerfer schießen die muss dann erledigen weil da drüben ist dann so eine königsburg und da muss dann wenn wir dahin gehen gehört die ganze königsburg uns ok hallo hast du verstanden ja aber ich weiß nicht komm hast du mir lehmann kann das in meinem map kennst du eben 10.000 kisten und eine richtige 1.000 ist nur eine richtige ich will gucken wie gut du bist kommen wir gehen ja ganz kurz ganz kurz ganz kurz okay ganz kurz nur dabei aber kämpfen ok bist du gut wo muss man aufmachen ich konnte nichts machen gerade ich konnte nichts machen jetzt habe ich aber keine pumpen mehr aber du weißt schon aim ist auch so aim ist halt zielen so dass man trifft und du hast mich gerade nur einmal getroffen nur einmal das raus jetzt hast du gewonnen das hast du jetzt gewonnen lasst du dir eine ganz kurze dann können wir machen ja wiesen oder wird noch eine runde du hast ja ich bin schon raus wir machen den wiesen hin zu eingeben warum so aus ja weil da braucht man muss man da muss man nur ein paar das ist hat die patin denken doch mal ich bin ich so der typ ich mache so kämpfen dann muss man auch kämpfen versteht ja du machst alles ich werde ich werde hier nichts machen ich werde sie nicht so bauen und so wenn dann mache ich meinen japanischen map aber ab kann so da mache ich dann das drauf bauen dann können wir können das dauert zehn sekunden ach ich bin ich weiß doch was ich kann dir so lange aim üben 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 mal mal komm gib mir da rechte ey ich muss kacken ok ok ich komm gleich wieder hast du mir rechte gegeben gar nicht warte egal ich muss kacken nicht 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 Das war's für heute. 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 jetzt in ein bot dahinten jetzt sind ein bot dahinten wir sind einfach der jacqueline loskirchen du bist ja falsch ist ja der entbrust hier sind so schlecht digger was ist das spiel ist hauptinhalt doch er konnte mit zu treffen Da kann man nicht. Dann kann ich wieder an der Box erledigen. Warte. Das ist langweilig. Du musst das irgendwie spannender machen. Hier den erledigen. Wo ist der jetzt hin? Ja. Okay. Okay, dann mach eine Aim-Üb. Eine Aim-Üb. Eine Aim-Üb. Eine Aim-Map. Eine Map halt. Mach eine Aim-Map. Kannst du eine Aim-Map machen? Ich kenn keine Aim-Map. Du hast doch gesagt eine. Ich kenn eine, aber... Ich weiß nicht, wie die jetzt heißt. Wir können doch das machen. Ich mach jetzt keine Aim-Map. Wollen wir da ankämpfen? Ja. Okay, mach eine Comic-Map. Dann lass mal da rein. Juhu! Da rein. In der zweiten. Ja, die ist geil. Die ist voll richtig geil. Das ist ja auch so ähnlich wie eine Aim-Map. Das ist ja auch so ähnlich wie eine Aim-Map. Das ist ja auch so ähnlich wie eine Aim-Map. Das ist ja auch so ähnlich wie eine Aim-Map. Mann, der kann man. Wuhu! Wuhu! Hi, FB! Wie geht's? Robi! Hast du dich geholt? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du dich ja? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hä, wo bist du? 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 ich habe immer noch schild und du nein du wie viel schuld hast du ungefähr 20 mein gott du hattest drei nein was ist jetzt für waffe jetzt will ich mal wissen was jetzt für waffe kommt schon wieder das spielt sich langweilig ist doch egal also das macht voll spaß noch nie so spaß ich habe so richtig spaß gerade mama ich habe gerade so richtig spaß ich habe komm doch foxy wirst du ja ja wollen wir jetzt kämpfen weitermachen ja aber ich das scheiße weil es nur kampfschrubflinte gilt dann können wir doch machen was anderes was die macht halt so richtig weit schießen und 20 ap was soll jetzt spielen was anderes kommt ich habe die idee wir können mal das doch ein das ist das das ist das machen so dass hier so dass da der wenigen nein kommen doch hier was ist das ich habe schon ich komme schnell 10 Sekunden! 10 Sekunden! Nein! Oh! Was ist das? Du musst herausfinden, was ist falsch und was ist richtig. Das weiß ich ja schon, glaube ich. Ey, Junge! Ey, hör auf! Wir fallen auf! Aufhören! Aufhören! Hallo, aufhören! Hallo, aufhören! Bitte aufhören, bitte aufhören! Was ist denn da falsch? Weißt du? Ich glaube, man muss reingehen, oder? Was ist denn da falsch? Oh mein Gott! Hä? Das ist doch falsch hier! Weil das da ist nicht da! Wir werden weiter! Ach so, wir müssen hier schießen! Geh mal, geh mal, geh mal! Geh mal, geh mal! Geh mal! Falsch! Verpiss dich mal! Sorry! Geh mal, bitte weg! Ich weiß es! Geh mal, geh mal, bitte weg! Ich seh nix! Okay! Ich seh nix! Was noch denn? Was ist denn noch? Ja, weiß ich doch nicht! Noch eins, noch eins! So! Und was denn? Ich weiß es! Was ist denn da falsch? Sorry, aber er ist voll ehrenlos zu mir, immer wenn er mit ihm geht. Lass ihn mal eine Chance. Lass ihn mal eine Chance. Lass ihn mal eine Chance. Nein, ich geb ihm keine Chance. Er ist voll ehrenlos. Bitte. Er ist netter geworden. Er sagt mir, er vertraut mich nicht. Er vertraut mich nicht, sagt er zu mir. Was ist das? Lauf. 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 Wenn du auch einmal schiebst, dann lässt du dich auf die Fläche empfohlen. Du wirst doch nie bekommen, was ich nicht sehen. Alina. Jetzt hör auf. Jetzt hör auf zu killen. Ja, okay. Darf ich noch einen Headshot geben? Nein. Okay. Okay, wo ist denn der Fehler? Wo ist denn der Fehler? Dafür ist bei dir auch. Geh doch jetzt mal auf. Junge, geh doch mal jetzt mal auf. Lass mal Party verlassen. Du kannst verlassen, wie du willst. Mann, aber mein Gesang ist halt nicht. Er ist netter geworden. Ja, jetzt auf mich anzuschießen. Was ist denn da falsch? Ich weiß es nicht. Lina, ey, das ist so traurig hier. Wollte mit Lina spielen oder was? Wollte mit Lina spielen oder was? Tö, warte. So habs. Na, komm jetzt. Mann, komm lass ihn. Ich lass ihn einfach mal ein. Weiß, dass mein Kuss hängt. Er soll aber nicht ehrenlos sein, sonst kick ich ihn sofort. Dann lass Party verlassen. Hä? Aber darf ich mit mein Kuss hängen spielen, weil das ist ja meine Familie. Ich muss eh gleich aufmachen. Ja, mach, mach, mach. Was, wie viel Leben ich hab? Rate. Weiß ich nicht. Digga, ich hab noch 152. Lass mich. Wie viel Leben hast du? Lass mich mal ganz kurz. Wie viel Leben hast du? 100. 100? 500. Guck, der lass mich auf 100 auf! Ah! Lass mich! Lass! 50 AP! Lass mich! 50 AP! Lass mich! Ich wollte mal wieder anfangs spawnen. Ah. 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 Okay, jetzt Frieden, okay? Frieden. Du willst kein Frieden? Nein. Okay. Ich leben? Noch 1000 oder so. Was? Du kannst das hier nicht spielen. Ach. Du gibst doch auf, ja. Du gibst doch auf, ja. Du gibst doch auf, ja. Komm, lass mich! Spitzhacke, komm! Spitzhacke, komm! Spitzhacke, komm! Spitzhacke, alles! Nee. Komm! Okay, ich will jetzt jetzt Ränkos Ränk spielen. Tschau! Tschüss, bis morgen! Ja. Bis morgen! Tschau! 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 Wir können ja morgen noch spielen, wenn wir viel kämpfen. Tschau! Ciao! Tschau! 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 Tja! Tschau! Hallo? Hallo! Hallo! Wolle mit einer Karte mits machen? Für einen Filmmee? Mit.. Wann kann, äh, äh, ähm, kannst du jetzt schon ein Ding spielen? apex in drei minuten also kommt da ein du musst in zehn minuten ausmachen ja also nimm schnell in städte ich will mit dem brandkotten film machen neben dem schilder kater ich wollte dich mal fragen ob du wieder mal in fort mal umkommst oder hast du mich jetzt mal gelöst nein habe ich nicht ich bin ja nicht mit dir warum nicht warum nicht weil ich gerade jemanden greift gesprungen kann ich mit der muschelkarte im hage muschelkarte in schwelle nehmen guck mal du hattest hier so einen anhänger und das ist wie bei der sie irgendwie schützt und er hat heute noch mal online kommt ich meine m ja kann ich aber kann manche ganz einfach den schädelenden haben müsste dann auch ja einfach mal so hat ein schädelkater nehmen dann deine mama du möchtest der luis ist gerade online gekommen und du möchtest mit ihm spielen sagt ich war heute noch ganz sagt nein ich nehme jetzt ich bin der halt der normale mama noch ein bisschen länger spielen sieben minuten was sie schon ja du wirst dir da drin über 100 pro was kaufen Nee. Weil das so Spaß macht. Glaub mir. Okay, mach jetzt den Shadow. Spielst du nur Fortnite? Nee, manchmal auch. Kaffst du, ey, ich mein, kaufst du dir auch nur was in Fortnite? Ja. Ich glaube, das wird dich bald ändern. Wegen Apex. Also mach jetzt mal, mach jetzt mal den, mach jetzt mal Shadow-Card. 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 Du kannst doch die eine Katze métlen. Willst du jetzt hier oben labern oder willst du spielen? M, 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 R, M, R, R, M, R. Labern? Spielen. Komm, spielen. Spielen. Wir können auch den einen Film machen. En einen Card gegen den Goll-Card. Schönen wir? Wollt wir die eine Meld machen? Mit den Cards? Ja? ich bin der reiche der schwarzen karl das ist ein oge mann ich bin gucke ja ja warum bist du so geistig eingeschränkt um diesen live streams bürgermeister kam mein haus ist viel geiler als deins sein 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 buddhese scheiße traust du dich hier drauf zu gehen was ist es für ein haus junge das ist ein haus nein ich habe mich nicht so reich wie ich nach weil ich habe mir ganz im villa was jetzt drin ist nur dass da ich aber nur das was schön ist schon mal nur das aufziehen hier ist das ist noch schön auf den haus schau dass da jetzt auch nur ein kissen so ich müsste das kissen mit der küssen schimmat oben schimmat schimmat mach auch und endlich muni mach auch und endlich muni wir kämpfen doch gar nicht so tun wir tun so wir sind bruder aber wir mögen uns gar nicht nein wir tun so dass ich ich suche gerade irgendwas mit gold ich mache was weiß du musst selbst finden warum gibt es das nicht das sind meine die kannst du nicht glauben das sind meine die sind das sind wohl für mich das sind meine erreichen aber du mal weißt du was bei dir ist also es kann anfangen gleich ich habe einen freund einladen dass das ja halt so bisschen immer halt hier mein johann kann hier einfach rein ein bisschen mensch wir machen machen konnte mitmachen konnte mein mann sein sein mann bist du schwul so mit quatspielen was auf der fall ist gleich nein es ist immer leise kleiner pimmel was macht sie denn in mott wo es einen fernseher gibt das ist doch kein fernseher ich brauche was modernes in der reiche du armes kind schau mal aber ich habe 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 ich bin schon team 1 ich bin noch ich baue jetzt ein ganzes bau deine ganze base ab alles in ruhe macht ihr kann ich auch was sitzt lieber sonst mache ich weiter ja es ist mir scheißegal das ist mein haus nicht deins ich weiß dass meine besser ist genau ich bin der reich und er sagt seine ist besser ich habe ich sag ja nicht wo ich habe ich brauche auch ein drucker du bist keine banane bei mir wird angezeigt du bist ein fisch bis erkennt sich in avon fahrne aber man ist auch um uns ob jeder fisch der agenten fisch und ich bin hier gerade wenn man an die ist bei mir immer so komisch was hast du das große sober digger darf ich das nicht haben was macht jetzt hier genau das macht jetzt hier so in die hose kappen warum von armen wo sie kommen würde ich gerne mitmachen so lustig an der stelle grüße hinaus so Ich baute ja noch vor zwei Häuser, normal. Was ich für ein großes Sofa habe, da kann man ja gar nicht mehr drauf, was so fett ist. Ich bin keine Ports. Ah ja, bestes Haus. Die Hälfte des Hauses schwebt in der Luft und die andere Hälfte ist im Boden drin. Man kennt ihn. Hier, genau. Beste Stelle zum Haus bohren. Ich habe den Boden in den Pausten. Endlich habe ich mal wieder gut viele Juwelen. Kannst du mal hier wegghen? Fass. Hey, schon mal einfach so wie eine Maschine schon mal. Ich brauche so einen großen Luxusfernseher. Gibt es noch so einen Fernseher? Ach nein. Ist da auch Netflix drauf? Zwei leise in der Luft nicht. Ah ja. Ach ja. 2 Mal schon. D deg Second. Bauen – Try Pastor. Naja. Ja, die kannst du ja auch nicht spawnen. Die kannst du ja auch nicht töten. Ich bin hier auch nichtstörbliche Banane. Ich mach einfach dein Haus kaputt jetzt. Du moin, dann direkt über die Öflüge zu einem anderen Haus. Du verarschst. Was ist los eigentlich? Bist du gerade mein Haus kaputt? Hast du alles lassen? Okay. Luis! We love you. Was hat er jetzt ein Loch reingehauen? Digga. Mach auch nur zwei Böden, Papa. Du kannst auch zwei Böden. Oh mein Gott! Wann ist Apex runtergeladen? Jetzt! Okay, dann willst du spielen mit mir? Beste! Alla! So bau man aus! Weil wir spielen! Ja! Okay, ich lade Party ein, ja? Okay. 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 Will's? Ja. Bis gleich. Ich geh, ja, ich geh Epic. Ciao! Kann man da zusammen spielen reinladen? Ciao! Ciao! Ciao bis morgen! killen! killen! Hallo?! Hallo? Ich geh Pentel!